herzlich willkommen zu einem neuen video im autozentrum duisburg wir wechseln heute mit euch mal eine birne vom rücklicht beziehungsweise das standlicht und das bremslicht von den rück leuchten ich zeige euch einmal was mir meinen machen wir das licht an genau also die beleuchtung des kreises hier quasi jetzt haben wir hier auf der seite sonne ich gehe mal zur anderen seite hier kann man es besser sehen also das ist normales standlicht dafür sind zwei bieren zuständig da drin machen wir das bremslicht zündung an genau und linke seite ist zusätzlich das bremslicht ja und das zeigen wir euch heute wie wir diese bieren da drin doppeln also wir machen logischerweise den kofferraum auf dann sieht man hier natürlich jetzt so nicht dass man die rausschrauben kann das wird von innen gemacht als werkzeug braucht ihr neue bieren ist klar 13er ringmaul benutzen wir jetzt hier und einen üblichen kleinen schlitzschraubenzieher so jetzt haben wir auf der seite hier nehmen wir mal die seite hier so ein schlitz drin das einfach wegklappen und dann sieht man dahinter hier eine verschraubung von der rückleuchte und hier oben eine verschraubung von der rückleuchte die haben wir jetzt schon gelöst mit dem 13er ringmaul dass wir das quasi nur noch abschrauben müssen schrauben wir jetzt einmal ab solange wie ich jetzt hier alleine schrauben kann mit kamera und einer hand mache ich das mal aber eine zweite person steht neben mir falls ich Hilfe brauche also abschrauben diese muttern sehen so aus aus plastik mit einem metallgewinde aufpassen dass sie euch nicht hier unten reinfallen weil sonst habt ein problem müsst ihr hier alles auseinander bauen um die wieder weg zu kommen so dann seht ihr hier auch schon den stecker da ist so eine grüne nase dran die grüne nase einfach nach hinten weg treten bis das klickt mehr braucht ihr erstmal nicht machen das lassen wir offen und jetzt nehmen wir nach hinten schon die rückleuchte raus so stecker ist ab habt ihr gesehen den stecken wir jetzt einmal hier rein und jetzt wechseln wir mit euch die biernen dafür sind ich hier so verrastungen drei stück dran da da und hier vorne die lösen wir jetzt einmal aufpassen die nasen nicht abbrechen ich hab mal mit fest hier ja Nummer eins Nummer zwei hier noch die noch und Nummer drei so zeige ich euch das einmal wie das aussieht ja die bieren sehen hier auch jetzt nicht mehr so toll aus halt mal einen fest erkläre ich euch das einmal also die beiden bieren sind ein faden bieren p21 die sind für das standlicht da also die leuchten beide wenn ihr das standlicht einschaltet und die wird zusätzlich angesteuert für das bremslicht die leuchtet heller die meisten autos die haben da zwei faden bieren drin bei denen nicht also nicht hier irgendwelche zwei faden bieren oder so reinschrauben ich mach die mal eben raus jetzt zeige ich euch das mal das ist eine ganz normale ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt eine ganz normale ein faden bieren so wir machen die jetzt mal beide raus und wie gesagt die gleiche legt mal die rückleuchte weg das war händefrei haben dann haben wir hier neue bieren wie gesagt das sind p21 21 watt bieren die haben unten zwei pinnen dran die sind gerade versetzt könnt ihr sehen hier diese pinnen und die kann man eigentlich auch gar nicht verkehrt rein machen die passen nur in einer stellung rein dann muss man die ein bisschen fest ein bisschen runter drücken und ein stück drehen bis die ein bisschen das war's 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 genau einfach die Führung suchen ein Stück drehen das ist so eine Viertelumdrehung bis die Birne fest ist und fertig ist was wir hier noch haben wenn ihr mal kaputt haben solltet das ist die Blinker Birne so fahren wir die ganze Geschichte wieder zusammen kann man eigentlich nichts verachten was hier noch wichtig ist will ich nur kurz zeigen ich gehe mal ein bisschen mehr ins Licht ähm ihr habt hier in der Rille eine Dichtung drin eine Gummidichtung die Gummidichtung die muss überall wieder vernünftig drin sitzen wenn die schief sitzt irgendwie raus ist an einer Stelle oder so läuft sich Wasser in ihrem Bruchte also nicht vergessen so jetzt rasten wir die drei Nasen wieder ein so jetzt wollen wir alle noch mal kontrollieren ob die drin sind ja sind alle drin so das war's jetzt schon jetzt können wir die Rückleuchte wieder reinsetzen kann man nichts verkehrt machen so das war's einer hält von hinten fest jetzt sind wir wieder hier drin jetzt haben wir den Stecker den Stecker einfach wieder drauf und draufstecken bis der einrastet das war's jetzt nehmen wir unsere Plastikmuttern wieder zwei Stück schrauben die drauf wie gesagt aufpassen dass die nicht runterfallen sonst müsst ihr die ganze Verkleidung hier abbauen so erstmal Handfest oben auch jetzt nehmen wir unsere 13 Riemaule dann kommen wir hier relativ gut dran nur Handfestziehen weil wenn ihr die zu fest zieht kann sein dass euch der Bolzen abreißt jetzt die ganze Geschichte kaputt hier oben ein bisschen nachziehen wie gesagt Handfest so ist ein bisschen schwierig wäre es vielleicht besser dass man da eine Nuss nimmt und eine kleine Knarre mit einer 13 Riemaule Nuss da kommt man besser ran so ist jetzt hier bei mir Handfest ja das war's gewesen den Teppich hier zurück der wird mir einfach gleich jetzt unter gesteckt ja danach nochmal kontrollieren machen wir jetzt nicht heute haben wir Vorfeld schon geschaut die Birne funktioniert bei uns ja das war's zu dem Video lasst uns wie immer ein Like und ein Abo da ein separates Video zu dem Auto hier zu dem Golf 5 der hat glaube ich 22.000 oder 24.000 Kilometer erst gelaufen verlinke ich euch mit haben wir eine separate Gebrauchwagenvorstellung glaube ich gemacht die verlinke ich euch hier ja das war's bis zum nächsten Video Ciao Bis zum nächsten Mal